Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Der Goldpreis steht in dieser Woche weiter unter Druck. Grund sind die anziehenden Anleiherenditen und auch der starke Dollar. Technisch gesehen könnte es jetzt den dritten Fehlausbruch in Folge geben und das wollen wir uns mal genauer anschauen. Denn Risiko und Weiß gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Wir gehen rüber zum Wochenchart und wir sehen, dass in dieser Woche eher Range Trading angesagt ist. In dieser Woche bewegt sich das Edelmetall in einer Range von 34 Dollar in der Nähe der psychologischen 2000 Dollar Marke. Die Anleiherenditen steigen wieder. Die 10-jährigen Renditen sind jetzt wieder auf 3,6% geklettert. Das bedeutet, dass die Preise T-Note hier im W1 wieder zu fallen beginnen. Es gab eine starke Widerstandszone im Bereich des 50% Retracements nach der Abwärtsbewegung. Und dieser Bereich wird jetzt nach zahlreichen Tests respektiert. Der Dollar wertet wiederum auf, was bedeutet, dass das Euro-Dollar-Paar zurückfällt. Und zwar gestern fast bis 1,09. Fundamental erschwert das natürlich eine Rallye bei Gold. Der Preis hängt jetzt am Hoch vom April 2022 bei 1.998 Dollar fest. Hier gab es einen Fehlausbruch, den Bruch nach oben, die Bestätigung. Aber die Bullen haben eben Schwierigkeiten, sich hier oben zu etablieren und den Preis weiter nach oben zu drücken. Es könnte auch den dritten Fehlausbruch geben an diesem Hoch hier bei 2.010 Dollar ungefähr. Hier gab es in den beiden Vorwochen Fehlausbrüche. Und auch der dritte Anlauf ist erstmal gescheitert. Es gibt ein wichtiges Zwischenhoch noch bei 1.987 Dollar. Das dient als kurzfristige Schützung. Das galt sowohl in der Vorwoche, aber auch in dieser Woche. Und Aufwärtsbewegungen sind aber nach wie vor das Basisszenario. Denn das ist der übergeordnete Aufwärtstrend. Das heißt, die Kursziele liegen bei 2010, 2048 und dann bei 2070 und bei 2075. Und wenn diese Bereiche geknackt werden, dann wird eben der langfristige Trend bestätigt. Und das bedeutet, dass es dann neue Rekordhofs gibt. Konkrete Trading Ideen dazu gibt es dann in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.